Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia The Sense of Time So, nein du springst mir nicht da rein, genau Wollen wir mal das Tor sich nämlich eben geschlossen, aus irgendeinem Grund Wollen wir doch direkt, warum bleibt sie jetzt runterstehen, wenn sie jetzt runterkommt tut's weh Nein, okay, eigentlich hätten wir jetzt Warum mussten wir dafür überhaupt so eine lange Animation, egal Auf jeden Fall, ich bin wieder da und habe auch direkt, nehmt direkt im Anschluss auf Hier war ein Sandzimmer Hm, hab ich vielleicht irgendwo jetzt so ein Sandbehältnis verpasst Wäre blöd, aber wollen wir doch, mal gucken, ob hier noch irgendwas kommt Wir hätten schon lang keins mehr So, das sieht auch vielversprechend aus Und runter Genau Da haben wir auf jeden Fall schon mal eins So Wo sind wir? Dies ist ne gute Frage Sind wir so hoch, dass da unten Folgen sind? Und das kommt mir bekannt vor aus der Animation, wenn ich das richtig sehe So Wollen wir mal Oh nö Ich befürchte, die müssen wir zuerst besiegen, bevor wir irgendwas machen können Was, 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 was wir noch sehen Ich bin sehr nett, ne, und dann rück Polen und mega, ach so, ja, okay Das machen wir doch glatt Zack, zack, zack Zack, zack Das sind diese Sandbehältnisse, die wir brauchen Mega Frostkraft auffüllen Fülle alle Sand und mega, okay Wollen wir doch noch eine Animation bekommen Bekommen Okay Mhm Ja Mhm Okay Gibt dir aus, als würde das nächste, was bei uns kommt, sehr athletisch werden Natürlich wollen wir hier speichern Gut Beim nächsten Mal fangen wir hier Nee, ich mach direkt weiter Aber beim nächsten Mal fangen wir hier an, machen wir jetzt nicht Wir machen direkt weiter Ja So, das sehen wir doch Für Macht die da So, sie ist dreckig, und deswegen muss sie sich säubern Ah ja, ich glaube, ich sehe das Potenzial dieser Palme Das hat das Potenzial, um mich hochzubringen Ah, warum sind die Wolken, waren wir so hoch? Hm So, sind wir hier Ach und dann da an den Ast und rüber Muss ich da wahrscheinlich runter und die Frau reinlassen Um noch ein paar Seitenkommentare zu erhalten Fürs restliche Let's Play Oh, oh Vögel Ich mach die Vögel nicht Die muss man zum Glück nur einmal treffen, aber Ich sehe sie eigentlich nie Außer wenn sie runterkommen und dann muss man gucken, dass man sie schnell genug trifft und töten kann Da oben ist noch einer Kommst du runter Komm zu Papa Oh, du willst mich töten Zack, Abwähnen und Angriff Das ist die beste Technik bei denen Na komm Komm zu mir Ah Aua So Warum ist das Tor wieder auf? Dann wollen wir doch gar nicht durch, oder? Ich will hier rein Oh, das sieht vielversprechend aus Los, auf die Knie mit dir und kriechen Kommst du? Hallo Werte, Dame Der Welt Kommst du? Und ich vielleicht noch irgendwo hin und vor du das machst Geht da hoch schon mal nicht Und da hoch kommen wir nicht, nee Ja, dann hätte ich dich gern mal hier Dass du mitkommst Warte, ich weiß, das ist jetzt nicht Gentleman-like, aber Komm, beweg dich Da, ein Spalt Ah, jetzt ließ ich ihn also auch Es freut mich Ich weiß, wenn mir hier gerade Frauen zuschauen Normalerweise schlage ich keine Frauen Es tut mir auch leid, aber Moment Ja, ähm, tut mir leid für diese kleine, oh, das steht nett Für diese kleine Panne Nenne ich das jetzt mal Ich habe vergessen Das Telefon Auszuschalten Wegzustellen Und bin dann Wie ist natürlich sein Der Stolz des Sultans Es war eines der Weltwunde Als Kind träumte ich davon, es mit eigenen Augen zu sehen Nun war es ein Ort des Schreckens Eine verlassene Ruine Verwüste durch den Sand der Zeit Ja, alle durch dich Genau, und dann, wie es natürlich kommen musste Bin ich auch Aus Versehen Drangegangen Ich weiß, das ist komisch, wie man aus Versehen drangehen kann Aber ich wollte es halt so unauffällig wie möglich wegpacken Und dann, ähm, ja Bei uns ist das so, weil man abhebt Ist man auch direkt dran Das war halt dann ein bisschen blöd Aber Machen wir direkt so weiter Und ich hoffe einfach mal, dass es nicht nochmal passiert Weil ich bin einer Ja, ich achte auch ein bisschen auf, äh Qualität Beziehungsweise dann hat die Professionalitäten, die war ja gerade eben nicht gegeben bei mir Das sieht, äh, gut aus, was ich hier mache, oder? Tut's das? Ich weiß nicht Ich probier's mal Das war, glaub ich, nix Das scheint auch nicht zu funktionieren Kamera, stell dich doch nicht so blöd So Eeeh, komm schon Ich glaube, für diese kleine Störung bin ich heute mal so frei Und mach diese Folge sogar 20 Minuten lang Nur für euch Damit, ähm, die Störungen wieder entschädigt werden Wo komm ich an? Hier komm ich an So Dann müssen wir nochmal gucken Ansonsten Hatte ich demnächst Vor oder wollte Gab's halt noch aus meiner Sicht die Frage Ich wollte mit demnächst einen Xbox-Controller Oder überhaupt einen Controller für den PC kaufen Und da würd ich gern wissen, soll ich dann Prince of Persia so weiterspielen Oder ist es für euch okay, wenn ich dann mit dem Controller Das mal ausprobiere und spiele Oder sagt ihr, nee, lieber so wie es jetzt ist und dann Oldschool Komm schon, was soll der Blödsinn Weeeh, uh, das ist sehr tief geworden Nein Das war falsch Ups Sieht aus, als müsste ich mich da an die Palme hängen Aber ich weiß nicht wie Nein, so, auf jeden Fall auch nicht Hm Kann ich mich Warum springt der denn auch immer so blöd weg? Jetzt bin ich wieder hier Ich muss auch viel Ah, ich glaube, ich weiß Wie? Komm schon, um mich zu ärgern Ha, geht doch Der hängt gar nicht runter Dann funktioniert das Ganze hier auch Will ich schon darüber? Ich glaube nicht Und drehen Wir drehen uns im Kreis Und essen dabei Reis Was erzähle ich für einen Scheiß Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade soll Das ist einfach nur, ja Genau, bisschen Zeitvertreib Wie Und nochmal ein bisschen Eine Dosis Sand zum Entspannen Nach diesem kleinen Chaos Das sieht nicht gerade sehr Okay, eben Wir haben schon gesehen So endet offensichtlich das Spiel Weil ich bin Beim nächsten Mal fangen wir hier Weil ich bin, weil ich weiß, dass man zu überleben kann, wenn das runterfliegt Also Hm, werden wir sehen Wäre aber komisch bei 28, 29 Prozent Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt haben nach dieser Folge Herr kommt, du sollst darunter Dich dann da festhalten Wenden und Schön elegant So Ich weiß nicht, wie die Feuer da oben Um ankriegen überhaupt Weil ich bezweifle, dass irgendwer so talentiert ist sogar noch mit der Fackel da oben Um rumzuschwingen und die dann anzuzünden Gern geschehen, werte Dame Nee Die Kamera steht gerade blöd Das habe ich nie gesagt Das, äh Wäre ja auch komisch Jetzt steh mir doch nicht im Wege rum Wenn ihr mir bis hierher geglaubt habt So glaubt ihr mir vielleicht auch Dass mich das Mädchen auf unserem Weg Durch die mondbeschienenen Ruinen Immer stärker anzog Meine Vernunft sagte mir Was ich ihr nicht trauen sollte Doch sie allen Grund hatte, mich zu erlassen Doch sie schien mir eine treue Begleiterin zu sein Ich gestehe Ich bin froh über die Gesellschaft Das menschliches Fleisch Hm? Menschliches Fleisch? Sowas magst du also? Interessant Ich dachte immer, du stehst auf diese Zombies, die hier sind Hm Nein Okay, auf jeden Fall netter Alter, wieso lebst du noch? Schöner Wo kommst du nicht dran? Ich glaub, als ich das gespielt hab, ist, äh Musste die Frau hier einmal Geschlagen werden Weil sie Kompletten Blödsinn gemacht hat Kommen wir hier irgendwie Nein, hier kommen wir erstmal nicht weiter Und wollen wir nochmal gucken Das Tor soll aufgehen Hier haben wir einen Da haben wir einen Hebel Oh, das klappt wirklich Ich hab nicht gedacht, dass das funktioniert Okay Kann ich mit leben Alles gut Und dann hier nochmal Einmal alles Auffüllen Das sieht mir verdächtig aus Fantastisch Wer hätte damit rechnen können? Los, auf den Boden mit dir Okay, ich glaub, das ist, äh Kommt nicht so gut an Fui Hey, da ist keine Tür Stellt euch auf die Druckplatte, ja? Ich bin ein Leben, oder wie? Kommt Ja Wir sollen uns immer beeilen, aber du hast Zeit, ne? Ja, natürlich Das sehe ich genauso Hey Oben war noch einer Zum Durchzwängen So Ja Ja Ja, oh nö Das läuft auf Zeit, ist das deren Ernst? Jetzt habe ich nicht schon genug mit diesen Auer Fallen zu tun hätte Auer Das war jetzt gerade irgendwie Fail Aber okay Na, zurück Nein Warum laufe ich da rein? Nein So, schau mal, nicht So, jetzt aber Jetzt sieht das Ganze doch mal gut aus Und Schon wieder nicht Das war so vorhersehbar Ja Wie soll ich da rüberkommen? Hm Okay Nein, nein, nein Das war so nicht Ja, ich soll es nochmal beginnen Wollen wir nochmal wiederholen Ich weiß nicht Könnt ihr euch nicht durch einen Spalt oder so zwängen? Probier es einfach mal, dich durch irgendeinen Spalt zu zwängen Und wir ziehen das Ding hier raus Das ist auch los Nein, die versteht ja nicht so Okay Sam, sam, zu Und ich fürchte es wird gleich nur meine kurze Unterbrechung geben Ich sag nochmal, bis gleich So, da bin ich wieder Oh, wir sehen müde aus Und Jetzt, 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 jetzt Yay Ich hab's mal auf Anhieb geschafft Das war nix Moment, wir sind hier Drüber springen kann man nicht Und an der Wand vorbeilaufen auch nicht Es ist doch unmöglich Hier, das zu schaffen Ich bin grad leicht überfordert Das bringt doch nix So Das ergibt keinen Sinn Wir sind am Sterben Und sie sagt, oh nein Wir müssen wieder von vorne beginnen So war das nicht Das glaube ich auch nicht, aber Ich weiß nicht So Können wir euch nicht durch einen Spalt oder so zwängen? Wollen wir nochmal gucken Wie funktioniert das Ganze hier? So Ich weiß, diese Folge ist einfach nur Chaotisch Und ich möchte mich auch für entschuldigen Aber Jetzt stand er da schon wieder so Aber halt Es ist grad ein bisschen Durcheinander allgemein Yay Ich hab noch keinen Schaden genommen Ich hab mich zu früh gefreut, oder? Ich hab's heraufbeschworen Ihr dürft es mir gern sagen Ja, ich hab's heraufbeschworen Ich versuch mal, ob ich nochmal meinen ersten Lebensverlust auch drückspulen kann Weil Das ist besser Rückwärtsrolle Rückwärtsrolle Nein, das sieht nicht so aus, ne? Nein, können wir nicht Oh, gut Rolle Springen Hier bin ich Gleich an der Wand vorbeilaufen Und zwar Jetzt Hä? Hä? Ich bin hier grad irgendwie überfordert Das geht nicht Also, vielleicht Nee, man Hä? Man kann die auch nicht austricksen Wuii Was sollen wir denn da machen? Hä? Okay Springen können wir auch nicht Okay Also, ich glaube Für diese Folge reicht es erstmal Und Dann sage ich Tschüss Bis zum nächsten Mal Bye